Noch immer verdienen Frauen viel weniger als Männer. Die klassischen Frauenberufe werden viel zu schlecht bezahlt. Und selbst dann, wenn Frauen die gleiche Arbeit machen wie Männer, erhalten sie häufig einen viel niedrigeren Lohn. Auch in den Führungsetagen sind Frauen nur selten anzutreffen. Aber das Schlimmste ist, daran hat sich in den letzten Jahren fast nichts getan. CDU und SPD haben in der Gleichstellung von Frauen und Männern versagt. Die meisten anderen europäischen Länder sind da viel weiter. Deshalb fordert DIE LINKE ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Jedes Unternehmen muss die Chancengleichheit von Frauen und Männern befördern. Wir wollen die Männerdominanz in den Chefetagen beenden. Und DIE LINKE will gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Frauen haben mehr verdient. Deshalb gehen Sie am 27. September zur Wahl und stimmen Sie für DIE LINKE.